Willkommen zu diesem Info Video. Ich wollte gestern sehr viele Video hochladen von TSRO Altensteig, die Trainertarriere, weil ich ein bisschen noch zu viel vorpronenziert habe, als ich wollte und wollte ein bisschen mehr Platz beschaffen, habe ich ein paar Aufnahmen sehr viel hochgeladen und dann wollte ein paar Aufnahmen nicht hochgeladen, dann habe ich sehr stundische Aufnahmen hochgeladen Probleme gehabt. Das heißt, bei den Aufnahmen, die ich mal aufgenommen habe, die sind, ich kann schon mal sehen, was da passiert ist, die Leute, die sind einfach mal, die wurden nicht hochgeladen, da sind zerstörliche Hochgeladen Probleme mit dem Metall, aber jetzt hoffe ich mal, dass sowas nicht nochmal passiert. Na ja, dann habe ich halt ein paar Aufnahmen, die ich vorprogrammiert habe, die wo ich hochgeladen wurde, die restlichen, ja, die sind jetzt halt verloren, die dann, na ja, das ist es halt. Na ja, okay Leute, haut rein ein bisschen, ciao, ciao. Dankeschön.